ich habe gedacht ich zeige euch mal was wir die letzten drei tage noch so gemacht haben hier habe ich komplett alles aufgefüllt so eine kleine rampe habe ich mir gebaut für hier hoch zu fahren die schalungen hatten wir schon fertig gemacht noppenbahnen habe ich gelegt und soweit schon mal mit erde aufgefüllt heute morgen haben wir noch das letzte stück hier betoniert und den graben zum nachbarn für die stützmauer habe ich schon ausgehoben da wollen wir jetzt heute noch frostschutz einfüllen und verdichten dass man dann im endeffekt das von am end diese woche machen können so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020